Hi Leute, herzlich willkommen zum neuten Projekt auf meinem Kanal, auf der Hinterkaifeck, ich weiß, der Werner, Burning Gamers hat die Map angefangen, also an dem Tag, wo ich es aufnehme, auch hochgeladen, ich hatte es früher vor, ihr könnt es mir glauben und nicht, ist mir egal, ich mache das Projekt trotzdem. Ja, das ist eine ländliche Region, falls ihr die Map auch haben wollt, die gibt es bei der Morning World zum Runterladen, genau. Ich habe jetzt noch nichts eingeräumt. So, jetzt nur schnell den Dreschernhof vor. So. 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 Ich habe mich schon, was ist es auf der Vierer 30 drauf? Nichts. Sauer. Die Wiese 5. Habe ich gekauft. Wie vorher jetzt mal. ich hab ein großes gerät den types brauchen auf der map oh Obacht, laszieren Und bei uns ist es ganz schön hier Die sind die Prüfenden, meine ich hier sind Zürer Kühe Also Dekoration Die sind schon vorbeigefahren? Nein Ab geht die Luzi Also mein erster Eindruck ist, das ist eine sehr schöne Map Bei mir ist sie fehlerfrei Leckfrei ist für mich erstmal das Wichtigste Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare Die Ohr mit Zaun Ja jetzt viel Spaß Das reicht ja nicht Oh Ja jetzt viel Spaß 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020